Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist der Aldemar mit My Little Blacksmith Shop Ich muss jetzt mal die Klinge rausholen mit diesen großen Uhrenzeiger Es ist soweit, wir müssen wieder die Mine Ich hoffe die Sachen wurden refreshed Mann ist das groß Ich könnte mal ne Axt mitnehmen für Feuerholz Aber wir haben noch Dingens Ich hab sogar zu wenig Kupfer für ne Feuerachse Müssen wir sowieso los, okay Wir nehmen mal alle Kisten mit Obwohl zwei Kisten müssten reichen Am letzten Mal hab ich die da reingekippt, das ist eigentlich ne dumme Idee Aber wir können schon alle Kisten reinladen, so ist nicht So Wir haben Glaub ich 3 oder 4 Waffen verkauft Haben gut Kohle gemacht Da können wir uns ein paar Griffe vorkaufen Und mal ready halten So, jetzt gehen wir jetzt mal schön Mineralien sammeln So Hopps Ich muss gut aufpassen Halt's Das was wir auf jeden Fall machen immer speichern Bevor man fährt, speichern Ganz wichtig, okay So So weh, fällt irgendwas raus Brrrr 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 so okay gleich sind wir da wir haben die Laterne vergessen wir haben Laterne vergessen müssen wir jetzt nochmal Laterne holen ohne Laterne ist definitiv nicht nicht empfohlen da rein zu gehen okay brrrrrr brrrr 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 Laterne oh Gott es ist ja schon ganz schön weit Walter ist ja schon nicht ohne you are too tired to run ah vielleicht sollte man schlafen gehen ich dachte das erholt sich irgendwie aber das tut's gar nicht ne na gut dann gehen wir wohl schlafen da muss man wohl schlafen gehen gut ich hätte jetzt gedacht wir müssen nicht aber na gut hoffentlich ist es dann nicht direkt am nächsten Tag und wir verpassen die ganzen Kunden da müssen wir halt nochmal warten ich bin gespannt was die noch hier implementieren würden also dass man selbst vielleicht die Holzdinger herstellen kann so ein Robeltisch oder was auch immer man kann die Mine gehen was dann fehlt sind doch irgendwie so Gegner in den Minen ja ich meine oder Charaktere natürlich was was ganz toll wäre wären Charaktere ja anstatt so blauer Klotz aber ich meine das macht's auch ne irgendwie es ist ja immer mehr in dass man quasi halt so voxel based Charaktere einfach nur erstellt ok roger roger da sind wir endlich nach Hause gegangen ach das sind Kerzen ich dachte das ist gerade was von brennt denn da oh Gott was ist los oh nein unser Charakter ist verbuggt ich glaube er ist verbuggt warte mal ich habe doch gespeichert ne Main Menu ich glaube er ist zu tot das kann sein genau ah jetzt werde ich auch wieder springen gut das war mit dem Karren Gott sei Dank Gott sei Dank da gehen wir jetzt schlafen weil ich kann nicht rennen und ich habe keine Lust zu ich muss sowieso auch Laterni holen Laterni Laterni ach ich wollte doch eine andere Spitzhacke bauen äh kaufen äh Bronze wahrscheinlich das müsste doch gehen dann können wir vielleicht Zinn auch dingsen so Sleep Day 4 gut es ist jetzt immer noch dunkel das ist aber egal wo ist Laterni was ist das denn überhaupt Crystal Unknown ach es gibt doch irgendwie wuhu damit kann man auch irgendwas machen lassen wir den mal hier ähm das Essen wurde aufgeräumt ich habe doch gesagt alles durcheinander geworfen ich weiß nicht wo Laterni ist ach Laterni alles klar Laterni ähm so Ingots es gibt Tin Iron Adelaide und Mithril aus Sin macht man doch gar nichts da macht man doch Bronze draus oder nicht ich will mal gerade ausprobieren 500 okay Leute wir gehen in die Mine bam holen wir erstmal Kupfer reiten wir hin wieder ich habe eben schon gemacht wie Laterni passiert irgendwas weiter heite vorsichtig äh gehe solange trinke ich irgendwas also Wasser kein Alkohol ansteuert geht ja nicht haha dieser Witz haha oh Gott ah ah Wasser ich habe so einen coolen Sprudler bekommen so ein Sodastream ja oh Schleichwerbung muss ich angeben wahrscheinlich sehr gut spart man ziemlich viel Geld mit besonders wenn man hier so sauberes Kranwasser hat wie hier wo ich wohne okay und wenden so jetzt mal kurz warten bis das Ding anhält und rechtsklick okay so nehmen wir mal die erste Kiste raus wenn das irgendwie geht so eins zwei drei Laterni Laterni ist auch da okay Laterni in die Kiste schließen und dann gucken wir mal ob wir noch was finden ey da oben ist ist da ist da irgendwas warte da Kohl ah ist gespawnt tatsächlich Kohl 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 weil wir keine Holz äh Dings brauchen wir auch keine Axt erstmal na gut wenn ich Kohle hier drin überhaupt finde oh oh Kohle ein Wunder gib mir Kohle mehr Mist wir haben nur den Kohle 1 ein Kohle unfassbar gehen wir runter ich weiß es ist duster aber ich erkenne genauso viel wie ihr wahrscheinlich okay ein Tick mehr vielleicht aber nur minimal sind halt auch nichts an meinem Seemolumen ich glaube hier genau oh nein Kohle ist rausgefallen vielleicht sollte ich die Lampe einzeltragen so kann ich das irgendwie hochstellen na egal Tin Tin geht nicht ich weiß nicht warum was ist das denn Mitril oder so Adamatinien nee Eisen Adelit ist doch alles bestimmt super rar ich darf nicht so viel laufen nicht dass ich damit Probleme bekomme Kappa endlich was normal ist hier wow trägt schon zwei bei den ersten zwei Schlägen drei vier oh yeah oh yeah baby scheiße jetzt ist das Zeug gerade da reingefallen ach schistrack stone Kappa coolant coolt kappa ja was soll denn sonst damit sein warum steht der auch coolt nein 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 okay was ist das Mitril ich will doch nur Kupfer haben ich kann hier noch weiter in die Mine rein coolt coolt kappa oh coolt kappa oh ist das schon einiges aber ich würde gerne ein paar mehr Kisten machen nee das ist alles immerhin aber Kohle eins guck wir haben jetzt eine Tür ein bisschen was das aus sich hat es gibt ja so ein paar äh Rubine oder so kann man die irgendwie hier einlassen da ist auf jeden Fall irgendwas da oben noch eine Dingensressource da ist noch was Kappa Kappa komm her du schönes Kupfer rollst auch direkt runter über mich drüber und mich weg komm schon ja nein ja ah jetzt ja oh ich hole mal die Kiste ich hab drei Kisten ich lass die anderen Kisten jetzt hier stehen die werde ich nicht mehr mitnehmen bräuchte aber das nächste Mal nicht mehr äh Mist ach Mist nochmal geht doch glaube ich so ha passen immer ganz gut aufeinander so ok gucken wir nochmal weiter dass wir irgendwo noch was übersehen von den blöden von den blöden meine Lampe nicht verlieren ok vielleicht geht sie auch noch irgendwo weiter ich muss die Lampe mal hier hinlegen weil wir jetzt rausgehen müssen da gibt es ja noch mehr Mineneingänge das ist nicht die einzige Mine ja aber es ist meine Mine die haben meine Eltern auch mir gekauft ja hätte ich jetzt bloß was anderes zu minen ich glaube ich kaufe mir einfach Barren ja um mir eine bessere Spitzhacke zu bauen irgendwie zwei Eisenbarren und dann baue ich mir ich brauche zwei glaube ich ne für das Achsblatt oder eins ne drei ich glaube ich brauche drei ich glaube mit zehn ist doch sinnlos ich meine es gibt auch Goldspitzhacken bei Minecraft aber soll ich jetzt Laterni einfach hier lassen ich meine ich kann auch Laterni hier lassen dann ist die Laterni hier und das kommt ins Pferdchen ha hossa wupsch wollen wir nach Hause wir draußen irgendwas abernten ne 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 ist auch nichts aber vielleicht gibt es ja hier noch eine Mine komm wie groß der Berg ist ich muss da doch wohl irgendwie weiter rein können aber was ist das denn da ach so das Holz gehen wir jetzt mal zurück guck mal ist schon wieder Tag wir können schon den Laden eröffnen und wir können auch mal beim Nachbarn äh Griffe kaufen ist mir auch ne Idee in der Mine bin ich gerne ich würde aber gerne halt lukrativer holen aber ich glaube wenn das zu einfach wäre wenn wir zu schnell alles voll man müsste halt die Spitzhacke auch irgendwie erneuern müssen und so das ist Alpha super das ist ne Alpha hier ja so sollten auch Alphas aussehen so verbuggt und unfertig aber genial das Spiel zeigt schon dass es richtig gut werden kann hast du brauch doch mal ein bisschen bis es anhält Okay Okay Bam Kann ich jetzt nicht einfach alles da reinkippen, so? Machen wir mal auf Okay, da müssen wir mal Achso, mhm Wir haben nicht mehr so viel Ach, ist wieder 100 Kohle drin Hat sich refreshed Ah, gut zu wissen Dann mal rein damit Ich weiß halt nicht, ob man Bronze machen kann Aus Kupfer und Zinn und so Hab ich da jetzt Kohle reingetan? Oh Mann, ich trottel Scheiße, ich hab die Kohle da reingetan Na gut, was soll's Kriegen wir eine neue Superlegierung Stahl, Kupfer, Kupferstahl Ich trottel Ist wie so ein Mülleimer, aber klar hab ich vergessen Gut Tag Oh Gott, wie sieht Der, die oder was auch immer das ist aus Oh Mist Ach, ich könnte das auch eigentlich Direkt einsortieren Ist doch egal Ja, ich brauche halt Eine Axt Eigentlich noch Aber das ist jetzt auch wieder nicht so wichtig Ist nämlich viel umständlicher Mit dem Ding hier Ich könnte eigentlich jetzt Quasi Kunden Solange die noch hier sind Kunden ordern Kunden Kommen sie, kommen sie Ist geöffnet 24 Waffen Walter Waffen Die besten Waffen Kommen sie, kommen sie Oh, da hat's einer eilig Oh, der hat was vor Ich muss Geschäfts tun Ich bin busy Komm, hol Zweihand Du willst die 200 Waffe haben Du Gott, wie siehst du denn aus Was ist das für eine Frisur Hallo 200X 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 Ach, scheiße Ist die denn irgendwo 200X Okay Wird schon, wird schon, wird schon Wir schaffen das Komm schon Komm schon Halt Two-handed X Das ist doch eine Zwei-Hand-Axt Will er doch haben So eine willst du doch, ne Wie, du willst So eine nicht Da Geht doch Anscheinend war das richtig 177 Okay Ich wollte eigentlich gerne mal Zum Nachbarn gehen und gucken Was da die Griffe und so kosten Komm gleich wieder Laden kurz geschlossen Jimmy Warum deine Waffen Äh, Griffe Hallo Ich habe gerade eine Münze da reingeworfen Weil es Glück bringt Verdammt nochmal Ding dong So, das hier kostet Achso, soll ich das da reintun, was ich kaufen will oder was Äh, wie kaufe ich irgendwas Stehen hier irgendwo Preise Zwölf Bist du wahnsinnig? Was soll's Ein Einkaufskorb 24 Kann ich auch Dreck bestellen Achso, das sind so fancy Griffe, die ich da geholt habe, ne Guck mal, das ist ein richtig Billigdinger hier Egal, wie geht Das reicht Dankeschön Ich glaube, ich kann mich einfach, äh, liefern lassen Ich meine, warum soll ich das nicht machen Viel besser Guten Tag Ah, Mist, ich muss noch öffnen Solange es noch geht Geöffnet 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 Nein, es wird Nacht Nein Raus da jetzt Ich habe euch gekauft Oh nein Ich habe euch gekauft, aber ihr habt mir leider Pech gebracht Warum funktioniert ihr denn nicht Ah, ein Kunde Noch so spät zur Stunde Ein Kunde Copper Pickaxe Im Ernst Okay, das sollte Okay Sollte gehen Copper Pickaxe Okay, okay Brauchen wir drei Schon was teuer Aber wir könnten einen fancy Supergriff holen You feel tired Ja, ist der letzte Kunde für heute Der letzte Dann machen wir zu Back Grips Fancy Oder fancy Two-Handled Grip Was? Ich will keine Ingotts So Ja Immer noch X dran Ich muss mal klicken Geh doch schneller Halt 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 Fusion 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 Scheiße Das gibt es auch nicht 55 Okay Moment Scheiße Das gibt es doch nicht Sie ist getimt Hier Und jetzt Weg hier Hier Entschuldigung Da Ein neues Level Laden zu Ich bin müde Ich wollte gerade zurückkommen und sich beschweren Habt ihr gesehen? P Ich mach einfach mal da Punkte rein Alles andere geht ja nicht Ist das Intelligenz oder was? Ich weiß es nicht Ich bin müde Leute Wir gehen schlafen Ach an wen ich das Verkauft habe Pickaxe 50 Ja das hat es gebracht Cool Alles klar Leute wir gehen pennen Das war es von mir Von My Little Blacksmith Shop Auch drei Leute Das war es